Hallo und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Ich bin Björn und stelle euch heute Doc Royale vor. Doc Royale ist der Nachfolger des bekannten und beliebten Spiels Doc, das sicherlich einige von euch kennen werden. Und wie bei Doc ist auch hier Ziel des Spiels, als erster gemeinsam mit seinem Partner alle Spielfiguren ins Ziel zu bringen. Die grundlegenden Spielregeln werden sich dabei nicht ändern, aber es wird ein paar interessante Neuerungen geben. Kommen wir aber zunächst zum Spielaufbau. Wie ihr es bereits gewohnt seid, werdet ihr als erstes den Spielplan in der Mitte des Tisches bereitlegen und euch dann in zwei Teams aufteilen. Dann könnt ihr bereits die ersten Karten austeilen, indem ihr den Spielstapel mischt und an jeden Spieler fünf Karten verteilt. Die Spielsteine bei Doc Royale zeigen jetzt eine aufgedruckte Seite, sodass jeder Spieler jetzt einen Narren, einen Bürger, einen Ritter und einen König besitzt. Diese Spielfiguren haben auch alle besondere Eigenschaften. Und zu guter Letzt werden die Partner untereinander wie immer eine Karte tauschen und dann darf jeder Spieler bereits einen beliebigen seiner Spielsteine auf das Startfeld stellen. Die neuen Karten und Figuren haben dann besondere Auswirkungen auf das Spiel, was wir uns jetzt gleich mal anschauen. Die neuen Spielfiguren zum Beispiel haben nicht nur alle eine besondere Eigenschaft, sondern bringen auch ein neues spannendes Element in das Spiel, nämlich die Rangfolge. Jede Figur besitzt jetzt also eine Rangfolge, die ihr auch sehr gut diesen Übersichten auf dem Spielplan entnehmen könnt. Der König steht logischerweise ganz oben in der Rangfolge, gefolgt vom Ritter, dem Bürger und zu guter Letzt dem Narren. Diese neue Rangfolge hat dann auch gleich Auswirkungen auf das Spiel, denn von nun an ist es so, dass Figuren keine anderen Figuren mehr überholen können, die höher im Rang stehen. Selbst eigene Figuren können sich dann gegenseitig nicht mehr überholen. Wenn ich also jetzt hier zum Beispiel einen Ritter stehen habe und sagen wir hier einen Bürger und spiele dann eine Neunerkarte für den Bürger, so kann der Bürger jetzt nicht den Ritter überholen, da der eben einen höheren Rang besitzt. Das seht ihr auch gut daran, dass die Figuren unterschiedlich hoch sind. Die Figuren haben jetzt aber auch, wie gesagt, alle eine besondere Eigenschaft. Schauen wir uns den mal an. Der Nar kann zum Beispiel zwei Punkte verfallen lassen, wenn er ins Ziel zieht. Machen wir dazu ein Beispiel. Der Nar steht hier und der Spieler spielt jetzt eine Zehnerkarte. Dann dürfte der Nar jetzt zehn Schritte weit ziehen. Jetzt sind es aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schritte bis ins Ziel. Glücklicherweise gibt es eben die besondere Eigenschaft jetzt und somit kann der Nar hier ins Ziel ziehen und die restlichen beiden Punkte einfach verfallen lassen. Die besondere Eigenschaft des Bürgers ist es, dass er, wenn er auf so ein Sonderfeld zieht, direkt auf das nächste freie Sonderfeld springen darf. Wenn also dieser Bürger jetzt auf dieses Feld zieht, darf er auf dieses nächste Feld springen und kann dabei, wie ihr seht, sogar Figuren höheren Rangs einfach überholen. Solche Sonderfelder sind auch neu und immer wenn eine Figur auf so einem Sonderfeld endet, dann darf der Spieler eine zusätzliche Karte ziehen. Und für den tapferen Ritter stellen Stadtfelder mit gleichfarbigen Figuren kein Hindernis mehr dar. Wenn zum Beispiel der rote Bürger hier auf dem Stadtfeld steht, kann der gelbe Ritter hier mit der entsprechenden Karte trotzdem an dem Bürger vorbeiziehen. Aber Achtung, die Rangfolge muss dabei natürlich trotzdem beachtet werden. Und zur Erinnerung dafür, wie auch für alle anderen Eigenschaften, habt ihr übrigens hier an diesem Feld auch so ein Rittersymbol stehen. Und schließlich gibt es noch den König. Der ist zwar recht langsam, da er nur mit Karten von 1 bis 7 laufen kann. Schließlich rennt er nicht durch die Gegend, sondern schreitet majestätisch. Aber er kann dafür nur von gegnerischen Königsfiguren geschlagen werden. Zur Erinnerung dazu habt ihr hier auch nochmal die Erklärung auf der Übersicht. Und auf jeder Karte, die nicht für den König genutzt werden kann, findet ihr eine durchgeschriebene Krone, was für das Königssymbol steht. Neben dem können aber alle Figuren alle anderen Figuren schlagen. Also selbst ein Narr könnte zum Beispiel den Bürger oder gar einen Ritter schlagen. Die Rangfolge ist wirklich nur wichtig für das Überholen. Ihr seht also, diese Figuren bringen jetzt schon einiges an neuer Spannung und Taktik mit ins Spiel. Aber das ist noch nicht alles, denn da gibt es ja auch noch neue Karten. So zum Beispiel die Magnetkarte, mit der eine Figur direkt hinter das Feld der nächsten Figur gezogen wird. Dabei spielt die Farbe der Figuren keine Rolle, aber mit dieser Karte darf man nicht eine Figur ins Ziel ziehen. Außerdem habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, mit solchen Kopierkarten einfach die zuletzt ausgespielte Karte zu kopieren. Und dann gibt es auch noch Karten mit grünem Hintergrund, wie zum Beispiel diese Plus und Minus 4 oder auch diese 10. Und wenn so eine Karte gespielt wird, dann setzt sie für den Zug des Spielers die Rangfolge außer Kraft. Und somit können dann auch rangniedrigere Figuren ranghöhere überholen. Wenn zum Beispiel diese 10 auf diesen Narren gespielt wird, so kann der Narr dann gemütlich den Ritter und auch den Bürger überholen und 10 Felder weit ziehen. Tja, und das war es dann auch schon an neuen und zusätzlichen Regeln. Und ich finde diese neuen Elemente richtig interessant und wünsche euch viel Spaß beim Entdecken dieser neuen Möglichkeiten. Also viel Spaß beim Spielen, euer Björn.